Herzlich Willkommen zu einer Runde Retro Atari Spiele. Wir starten heute gleich durch mit Warlords und wir verlieren nicht viele Worte. Wir machen kurze schnippelzige Videos. Könnt ihr mich beim Ablosen sehen? Oh, das ist ein bisschen mehr Grafik. Das ist schon ein bisschen ein fortgeschrittene Spiel. Wann hat man solche Grafiken genommen? Das ist schon Richtung 90er, oder? 80er kann es nicht gewesen sein. Das muss schon Richtung 90er gewesen sein. Und wir starten mal. Okay, was muss ich tun? Ich kann nicht schießen. Ich habe ein Schild hier zu steuern. Mehr kann ich nicht tun? Hä? Was muss ich tun? Das ist die Frage. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Alle können hier verschiedene steuern. Achso, ich kann die wegschlagen. Okay. Äh, wir können die wegschlagen. Okay. Aber da habe ich einen Einzelspieler eingestellt. So. Ich würde alleine spielen. Einzelspieler. So. Aber ich weiß nicht mehr. Was ist denn da los? Also, ich weiß nicht. 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 Also, irgendwie sehe ich den Sinn. Ich weiß nicht. Dieses Spiel ist nicht so ganz. Weiß ich muss die zwei Seiten verteidigen. Wenn er da die Grünen frisst, ist mir egal. Oder wie. Ups, ist ein Blow weg. okay also die dinge wegschlagen hoch und zwar durfte ich jetzt frei lage zwei feststellen muss verstehe ich nicht so ganz nein meine eigene dinge kaputt da muss das möglichst aus dem blauen mit der tastatur die kommt ein zweiter dazu das ist sehr schnell die auf gewährt die regierung also kann ich nicht oder muss ich die steuern ich verstehe noch nicht die ganze Sorge haben wir ein dritter dazu das wäre die Kaltfläge ok wird nicht abgeschlagen sein ok einen habe ich schon mal ok ey uah ich glaube ich ich muss das alles schützen aber ich weiß nicht wie ich die andere steuern soll oh 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 kann ich auch langsam mal eine krone so bin ich hier auch gleich raus ok nicht aufgewehrt oh 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 den kann ich schon nicht mehr verteidigen ich kann nur die einen verteidigen ich hätte zwei okay so richtig einzig spieler war das jetzt nicht ne also man hätte ich hätte eigentlich auf jeden Fall für zwei das geht gar nicht aber man muss so ähm zwei stationen verteidigen einmal mit tastatur und einmal mit dem haus das ist verwirrend das ähm ja das war nicht so doll wie gesagt äh Atari das war nix das war nix also ähm ja ich glaub hier hat die wo wird die Uni geklappt oder muss das tatsächlich so jede seit als zwei spieler spielen das tatsächlich jeder zwei festung verteidigen muss na gut äh so sei der halt gewonnen mhm und der hat sich überhaupt nicht bewegt ne der hat einfach Glück gehabt alles klar ok war langweilig ciao ich sag da nichts mehr zu ich sag da nichts mehr zu ich sag da nichts mehr zu